jo leute und damit willkommen zu minecraft mit der energy mit dem flash mit centus der alten nudeln ja ja ich habe das overlay noch nicht reingeschnitten dafür das muss ich noch machen ach ja ich habe das ja so groß sind text wer bin ich eigentlich welche werbung für wen für mich nein irgendwie leckt das gerade so ein bisschen bei mir das geht ähm vor dem letzten mal hatte ich halt die flach so nann flachs kapitel hier rein gesteckt das ding ist noch nicht voll leider noch nicht in der zeit den server noch mal laufen lassen sollen hätten ja geil weiß der zeit habe ich schon wieder den scheiß endermann am arsch als maul das funktioniert ja auch dass sich das teil entlädt wenn das dunkel ist auch mal die sound sind zu laut natürlich wenn das der tag wird dann hört das auf egal ich habe das schon bei mir eingestellt ich habe das glaube ich vergessen wie wo war das musik sounds ich mach mal zwei prozent das mit dem wasser das lief ja auch alles vollautomatisch dauert auch noch eine ganze weile ok hier war ich schon mal ich bin gerade am aufnehmen ich kann leider nicht kommt jetzt wieder so machen wir zwar fix den eingang dann kommt schnell nach unten weil ich fauler mensch bin kupfer haben wir drunter frei ja kann man mitnehmen eins nein kupfer warum tust uns das an als maul spinne halte deine muhle spinn ich hab gesagt als maul schau die spinne gleich h stein das habe ich eisen kommen weil aber erst die eisenspin zack hier und das hat mich alleine gelassen oh mein gott ich will von diesen scheiß centus dinge müssen wir noch sammeln denn das court centus kratzen ja da wollte ich nicht auf die 17 haben wir zwar brauchen das kann dauern das kann dauern und weil ich so mensch bin ich sammeln alles ein ach so die habe ich ja so gemacht damit ich sowieso nicht dran muss spitzhack ha ha centus center scooper hinter dir glaube ich nicht ja die tanks waren ja voll hier mit wasser kannst du mal leer machen mit dem eimer für spaß wieso soll ich die leer machen das punkt doch alles raus automatisch in die quest rein ja aber wir brauchen haben wir noch einen leeren tank überhaupt macht ihr doch ein macht ihr eins sagt er aus was wir haben noch ein bisschen obsidian backsteine du machst die aus kack steine ich weiß ja aus kack boah geil du kackst einmal hin und machst die aus den steinen ist doch geil ich habe ich will das nicht machen ach ja ich hatte letztens noch sortiert gehabt stimmt ja ich habe sortiert weil ich ein guter mensch ist fein ist das nicht schlau ist es nicht bei mir sowieso nicht dazu auch dass ich vielleicht eine glückssätze hake gemacht hätte hat kupfer 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 hatten wir nicht noch ein billion was im ding drin ist dass sie noch nicht hatten meser oder so ein quatsch gibt es sich auch haben wir nicht mehr so war mir noch nicht drin das würde ich mir interessiert das schlau jetzt rein zu machen oder jetzt wirklich jahrelang hier quatsch zu sammeln nochmal das meser ist mal rein okay dann komme ich raus weil ich habe jetzt ein bisschen das mache ich jetzt mal eben ins buch rein das mache ich mal eben jetzt haben wir zehn prozent zwei millionen dauern braucht das teil noch weil mich würde interessieren was es vielleicht in den anderen dingen ob es vielleicht eine option gibt dass er vielleicht was neues bekommen dann komme ich mal raus und baller das meser rein ja spinne ist gut wer hat alter bleibt doch ruhig ich habe euch nix getan und jetzt das bion weg machen ne ne warte mal was ich gerade überlegen bin diese redstone lampen ne okay die haben weißt du was ich glaube bei den redstone lampen hier mal eben das redstone raus das funktioniert ja klar das redstone zwischen ja ja hier sind die redstone blöcke zwischen die lasse ich noch man 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 das ist vielleicht mal vielleicht braucht man redstone noch ich weiß gar nicht wie viele haben doch genug alles klar ich kann so etwas machen warum nicht das gleich mit entweder erforschen ich könnte ein zauermüll machen ja mach dich doch so waren denn die biome da war alles mögliche drinnen hier sind zwar meine hast du leidt meser da haben wir die zauermüll mein dass die leidt leck die meser rein haben wir mal gucken wo das alles reingesteckt hat ja es ist jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig mit dem so das sortierte aber ich finde das schon ganz okay damals hier sind doch noch die diese komischen kartoffeln die schon energie haben ist ne kartoffel du heute kartoffeln wo hab ich denn damals die redstone warte mal hier sind redstone wir haben gar nicht so viel redstone 56 dann ist das gut dass ich hier da die lampen abgebot habe jetzt das sind fertige 1 2 3 ich muss das hätte ich jetzt aber beschriften sollen ist ja mal suchen jetzt warte mal was brauchte ich denn noch dafür was war das ganz oben sind blöcke die uninteressant sind ja da ist ein stein zwischen der nicht passt naja den wir einfach verbauen können oder so 1 2 what the fuck was ok redstone bla 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 alter was ist das für ein biome ja ich kenn das schon hallo spinne ist er doch kacke nehmen wir kaum noch gold ne ok auf jeden fall farbigen farbiges ding farbiges ding farbiger leben ähm was ich herausgefunden habe wir haben hier tresore ne die wir noch nie benutzt haben die sind hier überall versteckt die sind so befinde wie du ich weiß das überall überall versteckt sind ne ne auch im boden die haben wir voll übersehen einer ist noch da oben wir haben auch im zwischengang dann neben uns noch ein mhm weiß ich doch wo war denn der andere ich glaube bei den meisten kommt man so nicht ran doch einen habe ich gerade schon einen revert pack habe ich schon wieder wo war denn der andere was du hast du so so compressed so dust ah bäh bin ich dumm war ich nicht nö war der papst war der papst ja ich weiß wir können jetzt wood einfach in die zorme reinhauen dann können wir zwei mehr raus ok ah diese scheiß kids äh auch da kein mensch euch die ähm ja hier sugar und string das compressed for dust ich geh mal gucken ob ich da ne 8 stück 35 oh 8 x 35 wir brauchen ein bisschen viel sauerdust ein bisschen viel jetzt kommt es massenweise ja kleine spinnen geht mir mal nicht auf den sack danke so dass ich ein sozialer mensch bin glaube ich mir einfach einen eigenen tunnel also ein asozialer mensch ja das ist ja nichts neues hm ähm dann habe ich wenigstens stein wo ich mir bauen kann irgendwo hatten wir wahrscheinlich noch ne kisten drin ne ja kann sein kann sein dass ich alle verbraucht habe ja ich hätte noch genug noch gehabt ja kann doch sein dass ich auch alle benutzt habe die übrig waren ja voll doch aber ich krieg jetzt bunte lehm klumpen brauchen wir den eigentlich hm brauchen wir bunten lehm weiß es grad nicht ich grad auch nicht ja bunte wolle das weiß ich hm 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 schauen wir mal hier ähm ja hallo Spinnen hallo Höhle HALLO SPELETT super komm du mit mal der Brauch und Alter was bist du der für ein Skelett? ähm ja da habe ich ja mal keinen bock drauf dann gehen wir noch eine etage tiefer das ding nicht das hier kann man erstmal so